So hallo, herzlich willkommen, Matze wieder am Start und es gibt jetzt hier keinen Grund für mich eigentlich auf Customs zu sein, außer meiner Daily. Und zwar muss ich hier sechs Skiffs auf eine Distanz von 35 Meter mit einem Kopfschuss aus dem Leben boosten. So. was waren keine 36 meter da hinterm auto hätten es welche sein kann ja aber ich hab's vermasselt ja Das war's für heute. Das war's für heute. Mist, den Schlüssel hätte ich mal mitnehmen können. Ja, und MRE muss ich noch finden. Und ein Secure-Stick muss ich noch finden. Was finde ich? Streichhölzer also. Hey, hallo. Dafür hätte ich die Streichhölzer gebraucht, um den Kippern zu zünden. Ach, Mann, ist das ein Vorausspiel? Ach, geschossen. Vielleicht kann man ein PNC abstauben. Okay. 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 Vielleicht war's kein Scav oder kein Headshot. Okay. 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 1,2,2. noch nicht. Alter, was ist das? Ich brauche was da. Na gut, aber eins ist gut. Wir haben halt keine Quest, keinen Stress, keinen Zeitdruck. Old Guest ist vielleicht offen. Können wir uns dezent dann aus dem Staub machen? Einer war hier, aber Alter, wieso? Ist denn schon wieder die Ausdauer weg? Da läuft er. Das waren keine Scabs. Das waren alles keine Scabs, glaube ich. Die sahen ziemlich dick aus. Dann liegen da jetzt drei PMCs wahrscheinlich rum. Oder wieder... Also ein PMC mindestens. Zwei Scabs Hand in Hand. Da gab es ja nicht mal Loot in dieser Drecksbude. So, ein PMC, der sich wahrscheinlich wieder mit Scabs verbindet hat, die ich nicht mit Kopfschuss weggetötet habe. Weggetötet. Oh, ey, wir müssen ja stinkt, wir müssen rüber looten, bevor die scheiß Scabs kommen. Und uns unsere Freunde streitig machen. Wenn es um Beute geht, scheiße ich auch 35 Meter. Dann geht's los. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das weg, das weg, rein in den Kopf, PS-Munition kann auch weg, AK6, kann auch weg, das EK Ja, geht er schön, das ist doch super, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Ah, da willst du mich verarschen. 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 Okay. Nein, noch zwei. Ah, da willst du mich verarschen. Ah, da willst du mich verarschen. Ich bin mir nicht sicher, ob das 35 Meter warm ist. Oh, da willst du mich verarschen. Okay. Okay. Das ist nicht so weit. Ich glaube, da hock da am Gebüsch irgendwo. Jetzt habe ich mir aus dem Auge verloren. Okay. 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 Das hat sich erledigt. Das können wir uns jetzt aus dem Staub machen. Okay. 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 Ready? Und ist da Sniper? Sollte ich mal Glück haben? Natürlich nicht. Wir sollten es schaffen, aber es wird schon wieder knapp. Es wird doch wieder eine Hetzerei. Wie stark bin ich denn? 45. Oh, 7400 XP. Alter Schwede. Oh, 3 PMCs. 2 Sniper. Eigentlich 3. Cool. Das war doch gar nicht so übel. Das war doch gar nicht so übel. Aber das war doch gar nicht so übel. Das war doch gar nicht so übel. Das war doch gar nicht so übel. Vielen Dank.